Hallo, herzlich willkommen in Let's Play Landwirtschaft Simulator 2013. Ja, wir füllen gerade Güller auf in den Güllerwagen und wir werden dann mal gleich zum Feld fahren. Das dauert ein bisschen. Ich zeige die Prozent an. 70, 80, 90, 100. So, in diesem Güllerwagen ist das jetzt drin und der Traktor fährt das. Und wir fahren jetzt mal. Normaler, weiter. Nein, schon. So, das war der Hülimann-Drektor, aber wir fahren jetzt mal. Ich drehe mal die Karte auf, dann zeige ich Ihnen, wo wir hinwollen. Wir wollen zum Feld 18, dass es jetzt zum größten ist. So, ja, was sagst du dann dazu? Ja, ich muss das Feld 18 noch fertig düngen. Da wird gerade Raps angebaut. Ja, Raps. Wenn ich düngen, dann ist der Ertrag höher. Das ist aber sehr schwer mit dem Güllefass. Weil das so schnell leer geht und da muss man dann wieder zu den Kühen fahren und da braucht man ganz schön viel Kühe und Gülle. Ja, das dauert alles ganz schön lange zusammengefasst. Das dauert lange. Da braucht man ordentliche Geduld dabei. Aber wir zwar machen das die ganze Zeit eigentlich schon. Jetzt wird es kompliziert. Man kann jetzt nicht einfach so die Spritze aufdrehen und fahren, drüber fahren, sondern dann muss man das ausklappen. Diese Dinger. Das da. Und ja, Karte brauchen wir nicht mehr. Kannst du weggeben. Kannst du weggeben, die Karte, damit man das besser sieht. So, ähm, ja. Und jetzt sieht man so zwei lange Dinger raus stehen. Und ja, Güllefass an. Und der fährt rüber und er macht das Feld. So leicht geht das eigentlich. Muss man nur ein paar Knöpfchen drücken. So. So, seht euch den Wagen an. Abgeschalten die Güllespritze, aber an. Seht ihr? Da spritzt es so etwas Dunkles raus. Das ist die Gülle. Wenn das nicht tut, dann ist der, wenn das nicht raus spritzt, dann ist der Güllespritze abgeschalten. Ungefähr so einfach nur. Die meisten kennen ja Landwirtschaftssimulator 2013, aber manche kennen das auch nicht. Ich werde jetzt wieder auf den eingenommenen normalen Kameraplatz gehen. So. Sieht man nicht so viel. So. Okay, das müssen wir doch so machen. Okay. Was meinst du, was wir dann machen? Machen wir eine zweite Sehmaschine da auf dem Feld, oder? Nein. Machen wir ein anderes Feld, oder? Dann müssen wir düngen, sondern fertig. Ja, dann gruben wir mal ein anderes Feld und düngen danach, oder? Ja, das ist gekrubelt. Okay, also haben wir kein Feld mehr zum düngen oder gruben. Okay, das passt. Dann werden wir auf den neuen Traktor sparen. Den kannst du dir bald leisten. 168.000 brauchen wir. Wir haben 141.000. bis gleich, Leute. So, und wir sind wieder hier. Geld haben wir noch immer gleich viel. Wir verlieren sogar ein Geld, weil wir Hilfe angestellt haben. Seht einfach mal ein bisschen viel. Das war's. Feld fertig. Das war's. Feld fertig. Und das war's. Feld fertig. Feld fertig. Feld fertig. Das gibt's drin. Ja, da ist er angebaut. Ich erkenne das mit meiner Fähigkeit. Da ist noch nicht angebaut, links, rechts, ähm, der ist auch noch nicht. Ja, wir müssen uns dann auch wieder verabschieden. Wir dürfen natürlich nicht so lange aufnehmen. Dann werde ich mal sagen, ja. Ciao. 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 Ciao.